Wenn schon, dann schon. Wenn schon, dann schon. Aber Multiplayer-Modus wäre schon geil, ne? Was ist das? Ja, dann wäre es aber wieder so SimCity-mäßig. Nee, das ist ja was anderes. Gibt es Multiplayer in Sims? Nein. Gab es mal. Bestimmt. Irgendwann mal. So. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Guck mal, das Lustige hier ist nämlich, guck mal, guck mal, guck mal, hier. Fertige Räume. Das ist, das ist cool. Ja, aber wenn wir einen Raum, wenn wir einen Raum kaufen. So, erstmal wichtig, natürlich für die Ehefrau, Küche. Küche. Die will ja kochen, ne? So, Küche ist fertig. Guck mal, und wir können das dann hier nochmal anpassen. Das heißt, größer und kleiner und... Hm, die braucht Platz. Joa, das sollte reichen. Machen wir noch. Einen da hin. So. Und dann, brauchen sie. Ich hab noch Sims. Guck, die haben das jetzt so eingeordnet, dass man dann natürlich auch sofort aufs Klo kommt. Was ja... Sehr wenige vergessen zu platzieren. Guck mal, wir können hier sogar die Farbe wechseln. Oh ja, blau. Oh, alles blau. Aber wie man das dreht, hab ich immer noch nicht herausgefunden. Hast du grad gedreht, oder? Nee, nur die Kamera. Äh. Ja, hier oben. Hier oben. Äh. Nee, lass ich's rückgängig machen. Wählen. Haus verschieben. Das ganze Haus verschieben. Das geht. Komm, bauen wir das halt eben jetzt so auf. So. Da kommt man halt eben von der Küche aufs Klo. Das ist mir bekannt von irgendwoher. Äh. Und dann, ja. Zimmer. Ja, da müssen wir aber schon das... Wo haben wir das hier? Komm, die Liebeskammer. Liebeskammer, gibt's das wirklich? Liebeskammer. So, die bauen ja nur ein Doppelzimmer. Die sind da miteinander verheiratet und die lieben sich und so. Wird behauptet. Boah, äh. Das hier ist jetzt richtig doof, irgendwie. Wie, die Platzierung? Ja, aber ich weiß nicht, wie man das drehen kann. Man kann das bestimmt drehen. Ich hab noch keinen Plan, wie. Und wird die Tür nicht automatisch irgendwie so platziert? Hier oben, da, 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 da. Äh. Regiden. Mit diesen Zeichen, mit diesen... Das stand doch oben. Ja, und das kostet immer wieder, wenn man das drehen muss, oder? Ah, 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 ah. Nee, ich krieg das Geld ja wieder. Ah. So, wo ist denn... Ist hier die Tür nicht? Oh. Jemand folgt uns jetzt. Ja, die können uns ruhig folgen. Linze, Sterling, Germany, Luxemburg. Ja, das kann ja sein. Oder? Von diesem... Wir müssen außen noch die Fassade machen, ne? So, Wohnzimmer. Ich weiß auch, wie man dreht. Wie hat das Haus von Anfang an keine Fassade, oder? Nee, muss man, wir müssen ja die Tapete draussen machen. Hm. Hm. So, jetzt. Äh, Wohnzimmer. Das ist wichtig. Hm. Fernseher, sind wir inbegriffen, oder? Das Fernseher... Kaufen wir nach. Sollen sie arbeiten gehen? Ja, kostet auch nicht so viel. Doch, kostet eigentlich total viel. Was ist Fernseher? Ja, Fernseher ist teuer. So, Sachen kosten. So, und dann ein Esszimmer. Nee, wir hauen einfach da am Tisch rein. Büro. Äh, da würde ich... Ja, Computer kochen wir auch nach. Ich bin dafür, dass wir das jetzt so platzieren, dass man vom Klo ins Büro kommt. Das wollte ich eigentlich schon immer. Das ist reinvergeben. Oder das Büro ins Klo. So, Außengehege, Hochzeitsgarten, Dornenpark. Äh... Dass man arbeiten und scheißen kann gleichzeitig. Äh... Was? Ja, als... Als... Büro-Stuhl ein Klo. So, und jetzt kommen wir natürlich zur Dekoration. Und zwar zuallererst einen Computer. Das braucht ihr gute Hausfrau. Das ist das. Heim-Heim-Satellit. Das ist ein Stuhl. Oder soll ein Stuhl sein. So, hier hat man natürlich... Dann kann man so rausholen. Äh, ja, Aktivitäten, Beleuchtung, Bla, bla, bla. Ich kann aber auch hier einfach Computer eingeben. Wenn ich tippen könnte. So, und so haben wir jetzt für Computer. Das hat ja alles, was mit Computer zu tun hat. Hier, Slowmotion-PC. Hm. Slowmotion. Das ist doch irgendwie doof. Wie der... Hä, wie sieht der denn aus? Oh, das ist ein altes Ding, oder wie? Äh, warte. Wir machen uns zweites Klo. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Schieben das hier jetzt. Guck mal, der verschiebt jetzt auch den Stuhl, damit er dazugehört, ne? Das ist gut. Weil der, der setzt sich nämlich jetzt rein. Das ist richtig geil. Äh, Bischof, komm hierhin. Dann kommt da jetzt noch ne Tür hin. Weil das ist irgendwie... Ich hab... Ich find das jetzt doch doof. Irgendwie ist es doch doof. Irgendwie war das jetzt doch doof. Äh, ja. Ja, warte mal. Toilette, 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 Quarz. Ich hab das nicht raus mit dem Drehen. Ja, probier mal Punkt. Drück mal Punkt. Oh mein Gott. Tja, ich pass auf. Wenn du mit dem Mauszeiger über das Dreh, den du gehst, dann... Der hat jetzt ein Klo in seinem Büro. Und kann man dieses Klo nicht als Bürostuhl benutzen? Nein. Aber das wär doch voll... Nein. Oh, 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 oh. Ähm, sollen wir auf gut Glück arbeiten? Oder sollen wir vielleicht darauf achten, dass sie sich nicht doch abfackeln? Na, das... Weil jetzt hat man nämlich ne Brandautomatik. Also ne Brand ist Automatik und einen Rauchmelder. Brandautomatik, so. Dück Brand. Ich mach mal trotzdem lieber Feuermörder. Kostet ja fast nix. Aber der funktioniert auch nicht immer, ne. Da kann es passieren, dass er manchmal nicht funktioniert. Hm. Immer wieder Batterien reintun, oder wat? So, jetzt brauchen wir noch Küchegerät. Der Gerät schläft nie ein. Küchegerät, ey. Küchegerät. Äh... 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 Da... Kommoden... Nee. Äh... Deko... Nein. Ein Kamin! Ein Kamin ist immer gut. Hm. Aha. Kamin... Kamin... Kein Platz für Kamin. Scheiße. Das sagt man nicht. Oh, Restklick geht auch. Ja. Jetzt weiß ich schon. Ja, wo ich sie nicht mehr brauche? Äh... Oberflächen. Ich find das total oberflächlich. Ah. Oh nein. Oh no, you didn't. Yes, I did. Was braucht man denn eigentlich noch in dieser Küche? Das ist ja eigentlich nur so ein... Was ist das? So ein Schrank, oder? Das? Aber warum? Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, wenn... Du bist doof. Dann solltest du die... Du bist doof. Die Spüle... Du bist doof. Äh, mit diesem Ding ersetzen. Du bist doof. Das auch, manchmal. Das ist eine Spüle. Wo siehst du hier eine Spüle? Ja. Da wird noch mit Hand gespült, so wie früher. Okay, legen wir los. Und das wird jetzt den auch machen. Ist zimmertisch. Äh... So ein Schlafzimmer? Äh... Das sind gleiche Fliesen wie in den alten Sims. Das macht mich... Ja, das kommt manchmal vor, ne? Ja, kommt vor. Stühle. Natürlich für die Prinzessin der Thron. Und für den Herren der Stuhl. Warte mal, kann man ansehen. Oh, schwarz. Wie seine Seele. Oh, ja. So, und jetzt brauchen wir... Äh... Das ist total... Guck mal. Hier was wieder zu finden, ja? Ja. Das ist... Hier ist, wenn du ein leerer Zimmer. Da ist Zaun. Ich hab bis jetzt immer noch nicht durchgekommt, wie das mit dem Zaun funktioniert. Weil ein Zaun muss nämlich an eine Wand. Wie? Und... Hä? Ich hab's aber geschafft, nicht an eine Wand zu kriegen. Ich hab's auch nicht durchgekommt. Aber machen wir jetzt mal... Fliesen. Nee. Für außen. Metall. Ja, natürlich. Stein. Einfach, dass das aussieht, das wär schon... Guck mal. Das sieht so aus, als hätte sie's kaputt gemacht. Hat sie doch. Ach so. Hast du ne Klingel oder ist das schon... Ist da schon so ne Klingel dran? Keine Ahnung. Hat niemand zu klingeln. Ich wohne da. Sonst keiner. Hat auch keiner da zu klingeln. So. Jetzt brauchen wir natürlich. Ach komm, ich find den Baum... Ich find das hier schön. Das ist ein schöner Baum. Schöner, schöner Baum. Ja. Aber der würde sowieso umfallen. Aber, was jetzt wichtiger ist, ist einen Brunnen. Man kann hier seinen Brunnen selber gestalten. Aber ist mir jetzt zu kompliziert. Ich glaub, wir legen jetzt einfach mal los. Ja. Jetzt geht's los. So. Die sind da zusammen... Schlipprige Fragestellen. Oh, passiert. Handschellen. Ja klar. Wissen schon, worum es geht. Ja, ja. Polizei. Die lieben sich wirklich. Romantik. Ewige Liebe erklärt. Ist das ein Brunnen oder? Man kann hier... Man kann hier für einzelne Sims... Kann man ein- und ausschalten, ob man die Steuern mischt oder nicht. Ähm... Dass die automatisch rum in den Ruhm leben oder was? Ja. Das heißt, der eine läuft dann automatisch rum, der andere nillt. Ähm... Buh, 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 guck mal. Den, der jetzt ausgewählt ist, ne? Da kann ich hier klicken. Dann wird's für den deaktiviert. Dass der automatisch rum läuft. Ja. Da kann man sich auf nur einen Sim konzentrieren. Das... Das schaut gut aus. Ich hab's immer hinbekommen, dass, ähm... Dass ihre Laune in den Keller geht. Und meine Schwester hat es in fünf Minuten wieder hinbekommen, dass, äh... Die Laune wieder... Also, dass sie wieder glücklich ist. Das ist nicht schwer. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt ausschließlich nur um die Angelique Longus. Die nette Angelique. Ja. Die Angelique. Oder lassen wir's erstmal. Komm, lassen wir's erstmal. So. Zuerst braucht er einen Job. So. Wie macht man das heutzutage? Zeitung oder Computer? Was für Zeitung? Sonst war's immer in einer Zeitung. Man hat eine Zeitung. Was für Zeitung? Alter, wann lebst du? 2004. Wann lebst du? Junge, guck. Du kannst jetzt entweder hier hingehen, auf dem Computer. Oder... Ui, Smartphone. Und dann hier Jobs suchen. Egal, wo du es. So leicht geht das. Oh Gott. Oh ja. Oh ja. Weil ich hab immer... Du hast... Wir sind nicht mehr 1993. Ja, in der... In der ersten Sims-Version. Wir sind heute. Für die PS2. Was? Musste man... Sims... PS2... Ah, Junge. Du bist so alt, wer? Niemand hat eine PS2 mehr. Sie liegt oben. Dann lass sie da liegen. Verbrecher, Leckermall, Entertainer, Maler, Astronaut, Astronaut. Astronaut? Ist das für die... Astronaut ist 26 Dollar die Stunde. Also, simnen wir uns die Stunde. Geheimagent ist nur 17. Technik-Guru ist an und reißen. Aber Technik-Guru ist richtig Stress. Astronaut. Ja. Da hat er am Wochenende frei. Ja, Technik-Guru muss er wahrscheinlich immer... Astronaut. Äh, 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 ja. Guck mal. Was geht denn da ab? Oh. Ach so, ja. Man kann jetzt einfach ein bisschen weiter hier zoomen durch die Nachbarschaft selber. Ja, sonst... Man ist ja im Viertel. Man kann das ganze Viertel jetzt durchlaufen. Sonst kommt man ja auch... Man, du brauchst nicht immer zu sagen, was man sonst kommt. Die Leute wissen das. Manche wissen es nicht. Ja, dann sollten sie... Dann haben sie Pech gehabt. Hm. Hm. Weißt du, was wir vergessen haben? Was? Fenster. Ha ja. Weil in den Sims ist ja bekannt, dass die viel Licht brauchen. Pfff. Damit die gut wachsen. Damit die gut wachsen. Erstmal natürlich auf dem Klo. Ja. So einfach so ne, so ne, so ne, so ne, so ne Mauer aus Fenster, damit jeder reinsehen kann. Ja. Und keiner rein geht. Ich bin's lustig, weil es funktioniert trotzdem. Ja. Ja. Das sind die für Arschlöcher. Mhm. Ja, da auch so ein Ding, wie man das auch nennen möchte. Da geht's nicht. Aber das sollte reichen. Natürlich, dass man denen hier auch zugucken kann, ne. Und wie steht das jetzt eigentlich zum Preis vom Spiel? Keine Ahnung. Oh, well. Es kostet Geld. Ja, das hier ist auch die Sonderedition, ne. Oh. Digitale Sonderedition, ja. Ja. Ach so, das sind genug Fenster, würde ich mal sagen. Nein, ja. Geht doch, warum hat's eben nicht funktioniert. Okay, gut. Äh, wollen wir jetzt weiterspielen. So, er hat jetzt einen Job. Äh, was soll sie machen? Das heißt, er ist jetzt schon eingestellt, oder? Äh, so in der Richtung. So, sie soll jetzt Mittagessen servieren. Und zwar... Krell Käse. Krell Käse. Krell Käse. Oh, ein bisschen schneller hier. Oh, lieber, lieber. Ja. Ja. Oh, sie hat die Kochheit schraubt. Wow. Ja, aber beim ersten ist leider die Frau ziemlich schnell gestorben. Loll. Zehn Minuten im Spiel, hat angefangen zu kochen und ist gestorben. Das ist, äh... Tja, hat Musik angemacht. Ah ja, die können jetzt multiple Tasts machen. Alles, was hier unten in der Leiste ist, äh, wird gläußert. Alles, was hier unten in der Leiste ist, wird gläußert.